Liebe Geschwister, zum heutigen Thema wurde ich quasi eingeladen. Ich wusste schon vorher, dass es eine gewichtigere Thematik war. Eingeladen über Ilona Clemens, die Pfarrerin ist für Interreligiösen Dialog, für die Evangelische Kirche hier in Frankfurt. Und sie bat mich vor knapp zwei Wochen darum, die Position in einem Podium, in einer Diskussionsveranstaltung zu vertreten, dass Homosexualität im Islam verboten ist. Wie gesagt, bereits vorher und im Speziellen dann durch die Einarbeitung in dieses Thema, habe ich entdeckt, dass es ein Thema ist, innerhalb dessen wir eine Menge lernen können. Lernen, wie wir mit unserer Religion umzugehen haben. Lernen, wie wir mit anderen umzugehen haben, die gewisse Fragen haben oder gewisse Fragen aufwerfen. Und zusätzlich noch, wie wir mit Geschwistern umgehen, die vom Weg abweichen, liebe Geschwister, oder die die Sünden begehen aufgrund ihrer Schwäche. Im Rahmen dieser Veranstaltung gab es erstmal soziologische Perspektiven, eine gewisse Einführung Homosexualität und Gesellschaft. Es wurde auch angemerkt, dass weltweit quasi ein Wandel vollzogen wurde. Bis 1992 hat die Weltgesundheitsorganisation noch in ihrem Katalog von Krankheiten Homosexualität mit als Krankheit aufgeführt. Und nach 1992 wurde dies quasi gestrichen. Und es wurden verschiedene Diskussionen innerhalb des protestantischen Christentums diskutiert. Eine Position, die es als erlaubt ansieht und eine weitere, die dies als verboten ansieht. Bei den Katholiken gibt es da eine geschlossene Position, dass eine homosexuelle Beziehung verboten ist. FAS 750. FAS 750. Renaud, bitte rausfahren. Und es wurden auch verschiedene Positionen innerhalb des Judentums referiert. Eine, die es erlaubt und eine andere, die es verbietet. Dann gab es nicht eine Position, die diskutiert wurde von muslimischer Seite, sondern es gab zwei. Rabia Müller vom liberal-islamischen Bund, Islamwissenschaftlerin, dadurch bekannt geworden, dass sie eine religiöse Eheschließung vollzogen hat zwischen einem Muslimen und einem Christen, war glaube ich auch auf ZDF gesendet worden. Sie vertrat die Position, dass Homosexualität im Islam erlaubt ist. Und meine Wenigkeit argumentierte dagegen. Wie kommt so etwas zustande, liebe Geschwister? Wie kommt überhaupt ein islamrechtliches Urteil zustande? Woher wissen wir, was erlaubt ist? Woher wissen wir, was verboten ist? Der Islam, der liberal-islamische Bund, er bezieht sich zunächst einmal nicht auf die Hadithe, auf die authentischen Überlieferungen vom Propheten Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam. Dazu gibt es kein klares Bekenntnis in den Positionspapieren dieses Vereines. Ein allgemeines Positionspapier ist zu diesem Thema relevant, wie auch das spezielle Positionspapier zum Thema Homosexualität. Und in beiden findet sich kein Bekenntnis, dass die Ansichten sich auf authentische Überlieferungen gründen werden. Und selbst, liebe Geschwister, eine authentische Überlieferung aufgrund des Inhaltes sehr verschieden verstanden werden kann, ist nicht immer eindeutig. Ja, das wissen wir im Umgang miteinander. Das wissen wir durch die Tatsache, dass es vier verschiedene klassische Rechtsschulen gibt. Aber dort ist wenigstens das Bekenntnis dazu da, dass man auf eine authentische Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam zurückgreift als Grundlage für die eigene Herleitung und sei die Herleitung oder das Endergebnis dieser Herleitung oder die Methodik in dieser Herleitung ein wenig anders als die des anderen Großgelehrten. Ja, beispielsweise das, was wir zwischen Imam Abu Hanifa und Imam Ahmad an verschiedener Herleitungsmethodik vorfinden. Liebe Geschwister, es ist eine falsche Vorstellung, dass wenn das Handy klingelt und sei es im Gebet, dass man es nicht abschalten darf. Das nur als Randbemerkung. FAS 750. Roter Peugeot. Kehren wir zurück zum Koran, liebe Geschwister. Falls wir der Argumentation halber oder um erstmal zu argumentieren, die Sunna erst einmal beiseite legen. Kehren wir zurück zum Koran, wenn wir sagen, dass der Koran die Grundlage des Islams ist. Kehren wir zurück zum Koran, um zu sehen, was der Koran zum Thema Umgang mit der Sunna, mit dem Leben vom Propheten Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam, im Sinne von seinen Aussagen und seinen Taten und das, was er gesehen hat oder von dem er mitbekommen hat und es unkommentiert hat stehen lassen. Welche Rolle spielt dies im Islam? Allah Ta'ala sagt im Koran, Und wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah Ta'ala gehorcht. Und wenn sich jemand abwendet, so haben wir dich nicht zum Hüter über sie gesandt. Ich werde jetzt, um ein wenig mehr Zeit zu haben und euch auch pünktlich um zwei zu eurer Arbeit oder zu eurer Schule oder zu euren weiteren Verpflichtungen entlassen zu dürfen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Koranverse, die die ähnliche Aussage, die eine selbige Aussage haben, überspringen, um damit zu schließen, dass Allah Ta'ala in der 16. Sura im 44. Vers sagt, Und wir haben zu dir, Allah Ta'ala spricht zum Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, die Ermahnung herabgesandt, den Koran, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart wurde und auf das sie nachdenken mögen. Das heißt, der Prophet Muhammad, sallallahu aleyhi wa sallam, er war der Übersetzer des Korans. Er machte klar, was Allah Ta'ala mit den einzelnen Versen, mit den einzelnen Anordnungen für die Ummah bezweckte. Das heißt, wenn man die Sunnah beiseite legt, weil man sagt, der Koran ist die einzige Quelle, die für uns maßgeblich ist, dann widerspricht man dieser einzigen Quelle, liebe Geschwister. Deswegen werden wir, nachdem wir ein logisches Argument weiter noch aufführen, uns gleich der Sunnah widmen und wie sie das Thema Homosexualität behandelt und sei es auch nur durch einen einzigen Hadith, der authentisch ist. Liebe Geschwister, ohne die Sunnah, ohne den gelebten Koran, Aisha sagte, möge Allah Ta'ala mit ihr zufrieden sein in einer authentischen Überlieferung, dass der Prophet Muhammad, sallallahu aleyhi wa sallam, der wandelnde Koran war. Er war der wandelnde Koran. Wenn wir die Sunnah, diesen wandelnden Koran, beiseite legen, im Namen des Korans, widersprechen wir dem Koran. Und zum anderen, wie kommen wir denn überhaupt auf unsere Praxis? Wie kommen wir, ganz abgesehen vom, also wie kommen wir zu der Umsetzung? Woher wissen wir, wie wir zu beten haben? Wie viele Einheiten wir morgens zu beten haben? Wie viele Einheiten wir mittags und nachmittags zu beten haben? All diese Details, liebe Geschwister, sind nicht im Koran detailliert geregelt, sondern auf diese wird im Prinzip verwiesen oder durch dieses Prinzip verwiesen, dass man eben das anzunehmen hat, was der Gesandte, sallallahu aleyhi wa sallam, den Muslimen bringt und das Absoluten hat, was er für die Ummah ablehnt. Der Prophet sagte, sallallahu aleyhi wa sallam, mit einer Überlieferung, die von Imam Muslim festgehalten wurde, la yandhuru arrajulu ila awratil rajul wala al mar'atu ila awratil mar'a. Kein Mann sollte den Schambereich, das zu bedeckende, eines anderen Mannes sehen. Eines anderen Mannes sehen. Und keine Frau sollte den Schambereich einer anderen Frau sehen. Imam al-Nawawi, möge Allah ta'ala mit ihm zufrieden sein, einer der Großgelehrten des Islams, bekannt durch das Buch Riyadh al-Salihin, das Verbreitung in der gesamtmuslimischen Welt gefunden hat, durch die Erfolgsverleihung von Allah ta'ala. Er sagte, dass es einen Konsens gibt unter den Gelehrten bezüglich der Tatsache, dass kein Mann den Schambereich eines anderen Mannes sehen darf, wie auch nicht einer anderen Frau, mit der er nicht verheiratet ist. Und umgekehrt in Bezug auf die Frau. Einen Konsens. Das heißt, dass diese Angelegenheit, weil sie authentisch und eindeutig ist, dazu führte, dass es einen Konsens gibt. Es gibt keinen Konsens, liebe Geschwister, was genau der Schambereich ist. Das heißt, man ist sich darin einig, dass dies praktisch den Badehosenbereich mit einschließt. Darin ist man sich einig. Aber gehört der Oberschenkel dazu? Ja oder nein? Die Gelehrten haben verschiedene Meinungen. Gehört der Bauchnabel dazu? Ja oder nein? Die Gelehrten haben verschiedene Meinungen. Gehört das Knie dazu? Wie gesagt, wenn bereits der Oberschenkel Gegenstand der Diskussion ist, dann wird auch das Knie erst recht Gegenstand einer vielfältigen Diskussion sein. Und damit haben wir keine Schwierigkeiten. Warum? Weil die Angelegenheit mehrdeutig ist. Mehrdeutig. Keine Schwierigkeit. Du spielst Fußball. Du zeigst deine Knie. Du zeigst etwas von deinem Oberschenkel. Reit inshallah. Meinungsverschiedenheit. Wir gehen damit locker um. Denn jede Auffassung in diesem Bereich oder die Auffassungen, die in diesem Bereich vertreten werden, sie haben eine starke Herleitung aufgrund einer Methodik, die vorher im Vorhinein dargelegt wurde und die nicht erst im Nachhinein nachkonstruiert wird, um ein bestimmtes Ergebnis zu rechtfertigen. Da gibt es also keine Willkür. Und wenn wir nur von diesem einen Ausspruch ausgehen, liebe Geschwister, und uns fragen, ist Homosexualität, also ist eine sexuelle Beziehung mit einer Person gleichen Geschlechts möglich? Dann werden wir automatisch sagen, wie soll das möglich sein? Wie soll das möglich sein? Wenn es bereits verboten ist, den Schambereich des anderen einzusehen? Gut, liebe Geschwister, das ist wie gesagt eine der Problematiken, die entfacht werden vom Islam, vom liberal-islamischen Bund. Denn die Frage ist, warum gibt es kein Bekenntnis zum authentischen Hadith? Das ist die große Frage. Und es handelt sich hier nicht um eine sunnitisch-schiitische Auseinandersetzung, denn auf schiitische Positionen wird auch nicht eingegangen. Und nach meinen Recherchen, auch wenn ich dafür kein Experte bin, deshalb in diesem Rahmen dies auch als Laienrecherche betrachte, gibt es auch eine einheitliche Position unter den Schiiten, was dieses Thema anbelangt, zumindest in der schiitischen Klassik, also dass die Homosexualität an sich verboten ist. Und wenn man also nicht von einem schiitischen Standpunkt ausgeht, im Umgang mit Hadithen, die in Bukhari und in Muslimen und in anderen für uns authentischen Quellen erwähnt werden, beziehungsweise deren Inhalte verifiziert worden sind, das heißt auf deren Wahrheitsgehalt oder beziehungsweise auf deren starken Kette überprüft worden sind, wenn es kein Bekenntnis dazu gibt, und ja, wir wollen den authentischen Hadith. Dann ist man in einer gewissen schwierigen Situation, liebe Geschwister. Worauf greift man dann zurück? Greift man dann auf die Hadithkritik zurück, die unter den Orientalisten aufgekommen ist? Und der Orientalismus ist eine Pseudowissenschaft, ist eine ideologisch getränkte, weltanschaulich getränkte, religiös getränkte Pseudowissenschaft, um damals den Islam, die Muslime von innen her auseinanderzunehmen, zu entmanteln, die Grundlage dieser islamischen Zivilisation zu vernichten. Und übrigens mit sehr unwissenschaftlichen Methoden. Mohammed Azami, Abwami, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, ein wirklicher Gelehrter, Alim, jemand, der recherchiert, jemand, der die Hauptzeit seines Lebens mit dem Lernen und mit Büchern und mit dem Schreiben verbracht hat. Ein wundervolles Werk hat er über den Koran geschrieben, nämlich die Geschichte des koranischen Textes im Vergleich zum Neuen und Alten Testament. Und er hat einen der wahrscheinlich den als zweitwichtigsten aufgeführten Orientalisten, Josef Schacht. Er hat ihn auseinandergenommen. Er hat ihm Unwissenschaftlichkeit in Dutzenden von Fällen nachgewiesen in seinen Schriften. Das heißt, wenn man den authentischen Hadith als Wesen an sich, hier geht es nicht um einzelne Meinungsverschiedenheiten, die unter den Gelehrten herrschen, ist der Hadith authentisch genug, dass man danach handeln kann, ja oder nein. Diese Meinungsverschiedenheiten gibt es und die haben wir bereits oft thematisiert, um auch eine gesunde Vielfalt unter uns gut zu heißen, eine natürliche Vielfalt, eine wissenschaftlich unproblematische Vielfalt unter uns zu verteidigen, weil wir so viele engständige Leute unter uns haben, die die Oma mit guter Absicht, ohne es zu merken, stören und aufwirbeln und gegeneinander aufbringen. Das heißt, diese Seite brauchen wir nicht zu verteidigen, liebe Geschwister, wir sprechen von einer anderen Angelegenheit, dass jemand das Wesen des authentischen Hadithes, die Existenz dessen und die Verpflichtung, dass man zu ihm zurückkehrt, in Frage stellt, diese kommt nicht drumherum, sich pseudowissenschaftlich früher oder später auf orientalistische Quellen gründen zu können. Und deren Absicht, wie gesagt, ist bekannt. Edward Said hat übrigens sehr viel zu diesem Thema. Ein Palästinenser, aber ein christlicher Palästinenser und einer in der Intelligenz sehr in dieser Welt hoch anerkannter Forscher, er hat das auch nachgewiesen, wenn auch ein wenig provokant, dass der Orientalismus, wie gesagt, keine reine Wissenschaft für die Wissenschaft ist, sondern eben ein politisches Instrument, ein ideologisches, ein religiöses Instrument, von solchen, die ein Problem mit dem Islam haben. Gut, das ist die erste große Schwierigkeit, liebe Geschwister, dass man den authentischen Hadith beiseite legt. Aber da hört es nicht auf. Da hört es nicht auf. Der kodanische Text, der dann übrig bleibt, er wird dann nach Belieben ausgelegt. das heißt, selbst wenn wir auf die Sunna verzichten wollen, würden, der Argumentation halber, und wenn wir den Koran betrachten, mit einer wissenschaftlichen Brille, nicht mit einer voreingenommenen Brille, ja, dann werden wir sehen, Homosexualität ist auch verboten. Wann ist etwas verboten, liebe Geschwister? Woher wissen wir das? Ist unser Ekel dem gegenüber entscheidend? Ja? Es gab Gelehrte beispielsweise, die haben gesagt, Oralverkehr ist doch ekelhaft. Ja? Aber genügt das, um Oralverkehr islamrechtlich zu verbieten? Ist das Ausgangspunkt? Nein, ist kein Ausgangspunkt. Ob du dich davor ekelst oder nicht ekelst, das ist islamwissenschaftlich irrelevant. Im Islam ist etwas als unter anderem verboten einzustufen, wenn Allah Ta'ala beispielsweise die Wortwurzel Harrama verwendet, oder das Verb Harrama. Etwas ist verboten. Wie Allah Ta'ala beispielsweise in der vierten Sure innerhalb des 23. Verses intime Beziehungen zu den Müttern und zu den Töchtern und zu den Tanten und zu den Nichten verbietet und zu denjenigen, die über die Milchverwandtschaft miteinander so eng verwandt sind, da ist es verboten. Wollen wir jetzt in irgendeiner Form in Anführungsstrichen liberal mit diesem Text umgehen? Dann wissen wir, dass etwas Verbotenes oder wenn Allah Ta'ala etwas erwähnt als Übertretung, als Sünde, als Aggression, dann wissen wir, die Angelegenheit ist verboten. Ansonsten wäre sie nicht so beschrieben worden. Und wir wissen, dass eine Angelegenheit verboten ist, wenn sie mit einer angedrohten jenseitigen Strafe, kann sein, Allah Ta'ala vergibt einem, das ist hier gar nicht das Thema. Also eine angedrohte Strafe mit auf führt, erwähnt, wenn du das machst oder wenn du dies lässt, kann es dir passieren, dass du eine Strafe im Jenseits tragen musst oder aber dasselbe in Bezug auf eine diesseitige Strafe. Dann wissen wir, eine Angelegenheit ist verboten. Dann gibt es auch darüber keine Diskussion. Und Imam Al-Kurtubi, liebe Geschwister, hat einen Konsens unter den Gelehrten festgehalten bezüglich des Verbots einer homosexuellen Handlung. Einen Konsens. Und einen Konsens, der niemals in Frage gestellt worden ist. Und ja, es kommt vor, dass ein Gelehrter aufgrund von zu wenigen Recherchen sagt, okay, die Angelegenheit ist per Konsens der Gelehrten schon geklärt. Aber dann macht euch keine Sorgen. Wanda, es hat Allah in der Ummah solche erschaffen, die durch Recherche, das heißt durch Argumentationsmaterial nachweisen, nein, da gab es keinen Konsens. Der, ja, am anderen Ende der islamischen Ummah, er hat eine andere Auffassung vertreten. Ibn Hasm beispielsweise, er hat die Konsensentscheidungen, die Ibn Abdul Bar, einer der großen malekitischen Gelehrten in Andalusien und überhaupt der malekitischen Rechtsschule, das, was er als Konsens aufgeführt hat in einem seiner Werke, 75% der aufgeführten Angelegenheiten, also gut, also drei Viertel, Ibn Hasm hat nachgewiesen, dass tatsächlich kein Konsens dazu existiert. Das heißt aber, der Konsens, der unangefochten ist, wie es in dieser Angelegenheit der Fall ist, der besteht, liebe Geschwister, und zwar allein aufgrund des koranischen Wortlautes. Allein aufgrund des koranischen Wortlautes, Denn Allah Ta'ala sagt unter anderem im Koran Lasst ihr euch etwa mit Männern unter den Weltbewohnern ein und Lasst, was euer Herr für euch an Gattenen erschaffen hat, aber nein, ihr seid Leute, die Übertretungen begehen. Und aufgrund der Zeit, wie gesagt, beschränke ich mich auf diesen einen Koranvers und weitere Koranverse wären hier, nur der Vollständigkeit halber, nicht der Argumentations halber, aufzuführen. Weil hier Homosexualität als Übertretung von Allah Ta'ala beschrieben wird, allein deswegen, liebe Geschwister, weil der Koran authentisch überliefert ist, da braucht man nur drüber zu lächeln, authentisch überliefert und in dieser Frage eindeutig ist. Deswegen gibt es einen Konsens unter den Gelehrten. Nun gut, jetzt muss ich etwas Verständnis für diesen liberal-islamischen Bund äußern. Vor dem Hintergrund, dass auch ich in den Jahren der Begegnung mit Muslimen, persönlich, aber auch wissenschaftlich, öfters falschen Aussagen begegnet bin und im Nachhinein dies entdecken konnte. Öfters, wo es heißt, der Konsens der Gelehrten sagt dies und jenes und am Ende habe ich gemerkt, es ist kein Konsens der Gelehrten oder wo es heißt, die Mehrheit der Gelehrten sagt und am Ende ist es gar nicht die Mehrheit der Gelehrten, die dies sagt oder der authentische Hadith sagt, da ist es gar kein authentischer Hadith oder das ist Gegenstand der Diskussion innerhalb der klassischen Gelehrten und aufgrund dieser, wie gesagt, Unwissenschaftlichkeit, aufgrund dieses Leichtsins auch unter uns Muslimen, kann das dazu führen, und dass irgendjemand dann sagt, okay, das ist ja alles irgendwie Willkür dort und alles nicht so, wie es vorzugeben scheint. Deswegen haben gewisse Leute ein gewisses Maß an Verständnis, weil sie, wie gesagt, viele Enttäuschungen oder viele wissenschaftliche falsche Aussagen später als solche erkennen mussten und da ist viel Vertrauen kaputt gemacht worden. Trotzdem, liebe Geschwister, entbindet einen dies nicht davon, wissenschaftlich zu arbeiten und in der Frage, ob Homosexualität verboten ist, ist das nicht getan worden, wissenschaftlich zu arbeiten, also diejenigen, die sagen, dass es erlaubt ist, haben dort nicht wissenschaftlich gearbeitet. Eins möchte ich euch sagen, liebe Geschwister, bei all den enttäuschenden Begegnungen oder lehrreichen Begegnungen wissenschaftlicher Art oder persönlicher Natur ist mir aber auch etwas anderes begegnet. Die Vielfalt innerhalb des klassischen Islams, wie ich ihn nennen möchte, eine Vielfalt und diese sagten, sie hatten nicht Angst vor irgendjemandem anderen außer Allah Ta'ala. Die hat es nicht interessiert, ob 80% der Gelehrten X gesagt haben, das hat sie nicht interessiert, das hat sie auch nicht dazu bewogen, die neunte Person im Kreise von zehn zu werden, die dann auch X sagt, sondern sie sind ergebnisoffen mit einer dargelegten Methodik, im Vorhinein dargelegten Methodik, an die einzelnen Fragen herangegangen und wenn sie zum selben Ergebnis gekommen sind, dann gut und wenn nicht, dann haben sie nichts gefürchtet, liebe Geschwister, außer Allah Ta'ala und gerade weil sie Allah Ta'ala gefürchtet haben, haben sie dann diese Minderheiten Auffassungen vertreten. Und auch in Bezug auf Situationen außerhalb ihrer Zeit, außerhalb ihrer Lebensumstände, vor allem die Schule um Abu Hanifa herum, sie waren bekannt als die Araayti Yun, die hypothetische Fragen diskutiert haben und was wäre wenn, so fing bei denen der Unterricht an und was wäre wenn und was wäre wenn und was wäre wenn und es gab Gelehrte, die eine gewisse Vorsicht hatten und sagten, ja diskutier es erst, wenn es passiert ist, was soll diese ganze hypothetische Diskussion und sie sagten, damit wenn es sich ereignet, dass wir bereits eine Antwort haben, was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn und sie gingen so weit, nicht weil das praktisch relevante Fragen sind, aber sie wollten zwecks der Lehre wissen, was ist das Ergebnis um der Wissenschaftlichkeit halber, was wäre wenn jemand einen Sack, eine Tüte, einen Beutel mit sich trägt, indem er Wind ablässt, hat er dann seine Gebetswaschung verloren. Es war eine freaky Frage gewesen vor 1100 Jahren. Wenn jemand Wind entleert in einem Beutel, ihr wisst alle was mit Wind hier gemeint ist, wenn nicht, dann fragt bitte draußen. Was soll diese Frage, damit wenn es sich ereignet, man weiß, wie man damit umzugehen hat. Und in der heutigen Zeit ist das ganz normal. Geht in eine Pflegestation, geht in ein Krankenhaus, das ist ganz normal. Viele Menschen tragen einen Beutel mit sich und entleeren sich in diesem Beutel. Da werden wir auch, die meisten von uns, dazugehören. Und wie sollen wir jetzt mit unserer Gebetswaschung umgehen, wenn wir uns in diesem Beutel entleeren? Das haben Gelehrte unter anderem vor 1100 Jahren diskutiert, liebe Geschwister, obwohl es keinen praktischen Anlass gab, aber weil sie wissen wollten, wie sieht der Umstand aus, außerhalb dessen, was wir als normal und gewöhnlich kennen? Das heißt, macht euch keine Sorgen. Die Gelehrten haben weit nach vorne geguckt, sogar weiter als nötig. das heißt, eine homosexuelle Beziehung, auch wenn sie irgendwie anders ist, als sie damals hätte sein können oder vorzugeben war, ist definitiv auch verboten, weil die Leute, die haben sich wirklich alles von allen möglichen Winkeln betrachtet und gesagt, was ist wenn dann, was ist wenn dann, was ist dann, ja, gut. Und deswegen gibt es auch sehr wenige Konsensentscheidungen, liebe Geschwister, sehr weniges Konsens unter den Gelehrten. Überall findet man immer irgendwelche Perspektiven und Meinungsverschiedenheiten. Aber in dieser Frage, liebe Geschwister, eben nicht und ich hätte niemanden außer Allah ta'ala gefürchtet und hätte es euch gesagt, wenn es anders gewesen wäre. Wenn es anders gewesen wäre, dann wärt ihr mir alle egal gewesen, weil dann ist das Wissenschaft und gleichzeitig Aibada zu sagen, wie es diskutiert wurde unter den Gelehrten. Lass uns Allah ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, eure Zeit respektierend muss ich anmerken, dass ich nur die Hälfte meiner Chutpa habe durchnehmen können und es ging mehr um theologische Grundlagen heute. Am Beispiel der Diskussion, ob Homosexualität erlaubt ist oder nicht. Aber diese theologischen Grundlagen, sie begleiten uns in allen möglichen Fragen, liebe Geschwister. Und sind gerade deswegen sehr wichtig, weil wir in einer Zeit leben, des sogenannten Werterelativismus oder des Relationismus. Nichts ist mehr oder das allerwenigste ewiger Natur. Der Ethikrat hat beispielsweise vor einigen Monaten diskutiert und kam zur Position, dass der Inzest zwischen Geschwistern nicht verboten sein sollte in unserer Gesellschaft. Das heißt, Bruder und Schwester könnten einander heiraten, Kinderzeugen oder auch nicht. Aber von ethischer Seite her würde nichts dagegen sprechen. Aber gleichzeitig wäre der Generationen Inzest immer noch zu verbieten. Also zwischen Eltern und Kindern, dass dort sexuelle Beziehungen möglich sein sollten, soweit alle über 18 sind. Und ich frage jetzt, und es gibt einen Unterschied zwischen richtig und folgerichtig. Also folgerichtig im Sinne von, okay, wenn du davon ausgehst, dann müsstest du aber auch sagen, dass. Aber ich sage, es ist folgerichtig, dass wenn man sagt, dass Bruder und Schwester miteinander sexuell verkehren dürfen, dann ist es nur folgerichtig, dass dies auch die Mutter mit dem Sohn tun dürfte. Denn warum ist das eine erlaubt und warum ist das andere verboten? Das ist wirklich die Kernfrage. Warum ist das eine erlaubt und warum ist das andere verboten? Gibt es irgendeine heilige Grundlage? Wenn man das eine bereits entkräftet, auf welcher Basis sollte man auf welcher Basis ist die Frage und es ist dann konsequent, wenn man sagt, das andere sollte verboten sein, wenn man bereits das eine in Frage gestellt hat. Und wir werden unsere Kinder, wir können vor diesen Fragen nicht wegrennen, liebe Geschwister, auf den Lehrplänen und zwar nicht im Bereich Biologie, sondern im Bereich Gesellschaftswissenschaften ist gesetzt, sexuelle Vielfalt als Normalität darzustellen. Es gibt ein Mathebuch, was im Rahmen auch von einer, es gibt ein Mathebuch, in diesem Mathebuch sind mehrere Beispiele aufgeführt, es geht hier nur um Mathe. In einem Haus leben zwei Frauen mit einem adoptierten Kind und es gibt mehrere Häuser in diesem Mathebuch und in keinen einzigen Haus, liebe Geschwister, kommt vor Vater, Mutter und Kind. Alles im Namen der sexuellen Vielfalt. Und wir müssen uns darauf vorbereiten in einer solchen Welt zu leben und wie wir auch mit unseren Mitmenschen sprechen können, wie wir unseren Standpunkt näher bringen können. Denn es ist etwas Wichtiges Werte zu haben und etwas Wichtiges diese auch als heilig empfinden zu dürfen. Denn wenn das eine infrage ist eben relativ, alles geht irgendwie irgendwann. Und unseren Kindern, wie gesagt, unsere Kinder werden sehr früh damit konfrontiert. Sie müssen sehr früh eine Antwort geben beziehungsweise kommen mit Antworten nach Hause und wir müssen uns fragen, sind das ausgehend von unserer Religion die richtigen Antworten? Deswegen müssen wir dieser Welt gegenüber offen sein, liebe Geschwister. Es gibt keinen Rückzug mehr, noch nicht mal in den Bergen Marokkos, liebe Geschwister. Überall dort, wo es www.punkt gibt, gibt es keinen Rückzug mehr und wir müssen uns dieser Gesellschaft und der Welt um uns herum stellen. Auch in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, weise ich auf ein Seminar hin, beginnend am 20. diesen Monats für acht Tage, über Gott und die Schöpfung des Menschen, die Wichtigkeit der Aufklärungsarbeit, der Dauer, über hiesige Gesellschaft, über Koran und Sunnah und mehr gesprochen wird. Wie gesagt, auf unserer Homepage ist dies beworben und die Flyer sind links und rechts an den Ausgängen auch mitzunehmen. Morgen gibt es wieder den Brüdertreff und der Koran wird Gegenstand des Vortrages sein und am Schwestern-Treff am Sonntag ab 14.30 Uhr, der Brüder-Treff morgen ist ab 19.00 Uhr, 14.30 Uhr treffen sich die Schwestern jeden Sonntag und diesen Sonntag wird der Prophet Mohammed und sein edles Wesen Thema des Vortrages sein. Und diese Thematik, liebe Geschwister, wird fortgesetzt insha'Allah. Wir werden nun Spenden sammeln für die Aktivitäten der Moschee. Seid nicht geizig euch selbst gegenüber. Sorgt vor für euer Jenseits wie auch für den Segen, den Allah Ta'ala euch in Diesseits dafür gibt, euch möglich gemacht hat. Nicht mehr. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Er wird euren Stand festigen. Im Diesseits, liebe Geschwister, wie auch im Jenseits, baut auf das Versprechen von Allah Ta'ala. Wenn wir nun beten, liebe Geschwister, wir sorgen dafür, dass wir konzentriert sind und dass wir die Chance nutzen, wenn wir uns in der Niederwerfung befinden, unsere Bittgebete an Allah Ta'ala zu richten, denn in dieser Position sind wir ihm am nahesten, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam und wir schauen, ob unser Handy an ist, dann schalten wir es aus, sodass es nicht blinkt oder ertönt. Falls es einem Bruder oder einer Schwester passieren sollte, ärgern wir uns auch nicht, kann jedem mal passieren und wird jedem wahrscheinlich auch mal passieren, aber dann, lieber Bruder, liebe Schwester, mach das Handy aus und sei es, dass du das Handy rausholen musst und erstmal mit den Knöpfen klarkommen musst, aber dies unterbricht nicht das Gebet, im Gegenteil, dies wahrt das Gebet. Und der Prophet Mohammed sallallahu alaihi islam hat sich auch innerhalb des Gebetes bewegt, als es einen Anlass dazu gab und dies hat das Gebet nicht ungültig werden lassen. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, die, die wir kennen, die, die wir nicht kennen, die wir nicht kennenlernen können, da du sie bei dir im Verborgenen hältst und die, die wir kennenzulernen haben, bitte segne den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasalam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen. Bitte gib uns all das, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasalam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Mohammed sallallahu alaihi sallallahu sallallahu bei dir Zuflucht und Schutz gesucht hat. Vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und rechleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und stehe all den jenigen bei, die deine Hilfe bedürfen, oh Allah, den Bekriegten, den Gefolterten, den Kranken, den Trostbrauchenden, den Verzweifelten, oh Allah, den Armen und bitte, lass diese Ommah einander beistehen, oh Allah, um die Bedrängnis und die Not hinwegzunehmen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyna Muhammad wa ala ahli Muhammad wa ashabihi Muhammad ajma'in wa aqim as-salah.